jo leute und damit willkommen zu donkey kong country 2 mit dem flash mit centus und ich muss die luft anhalten ich konnte meine klappe sonst nicht halten und ich musste eben erstmal noch mein out of the city anschmeißen das habe ich währenddessen nicht gemacht ja das ist ja nicht schlimm wie wollen wir jetzt dann eigentlich machen wieder gegeneinander würde ich sagen oder ja können wir machen eigentlich meine ich ja beim letzten mal bei dem ersten teil dass wir zusammen aber ja das ist ja mal blöd ja gegeneinander bringt schon mehr spaß und ich merke gerade die falsche kontrolle in der hand ich darf wieder anfangen supi ich will hoffen dass ich nicht beim ersten level gleich verkack hier ok muss aber erstmal anfangen gut dass ich die leiste immer an hab ungewohnt aber warum ist jetzt keine musik da jetzt kommt sie keine musik doch klein bisschen nur naja jetzt kommt sie voll ungewohnt wieder donkey kristin seit dem letzten teil wo wir gut durchgekommen sind noch ja du ja meine weh nein komm her sau vor allem heut diese dumme kuh ja und schrei mal nicht mal so flash bitte maul hektik kix tifoss was war das hier tif 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 ich glaube da gab es nichts doch wo gab es hier was da kommt sie hoch ja das wusste ich auch tif 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 ah hier müsst doch meine münzen sammeln ja vor allem das gehe Die hättest du nicht geholt wenn du da nicht runter gefallen wirst ne wusste auch irgendwas war da doch aufladen ging ich weiß das nicht und dann geht er voll langsam rein vor allem das ist auch wenn du von unten dran kommst das kann ja irgendwie nicht ab die münzen für diese bonuslevel machen wir eigentlich die bonuslevel zwischendurch oder einfach mit dabei oder ich habe den zweiten noch nie gespielt es gibt extra level wo du mit den münzen kaufen kannst das sind so fantasy level mäßig aus allem bisschen was okay einfach so zwischendurch würde ich sagen so wie man gerade lust dazu hat dann sind sie mit gitarre viel besser jetzt muss ich erstmal wegen controller gucken die einstellung ja das musst du schon nennen ich glaub an dich guck mal ich bin blau jau 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 wirst du , das ist eigentlich voll cheating immer jau jau bla 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 ich weiß dass du in dem können führt also ja ich wusste dass da auf dem geben war vorher schon jau und ich freut Donkey Kong weiter zu spielen auch sieht sie auch sexy aus jau das das ist jetzt nicht so meine farbe Wenn's alle Level mit Dixie durchspielen, muss er machen, und ich alle nur mit Didi. Wah, fuck! Och, Mann, ey. Das krieg natürlich nur ich hin. Aber es leckt nicht, wundert mich. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, genau. Das ist so... Das fand ich immer geil. Wie die sich gar nicht mögen, so, ne? Wieso? Ah, warte mal, der dritte Teil findet das viel besser, wenn sie ihn schleppt, immer. Ja, den Fettsack, ne? Ja, den Fettsack. Das kann ich, wie der hieß. Didi. Nicht, 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 tot. Oh, ich weiß. Ich hab den außerdem in die falsche Richtung gehauen. Hallo, da ist er doch schon wieder. Tot. Schade, wenn er so instant drücken muss. Du hast gemeint, Flash. Äh? Doch. Bist du? Nur, wieso ich da dienste. Ich dachte gerade, es stand Aufnahme-Stop, aber ich hab Aufnahme-Daten erst gelösen. Oh, du bist schlimm. Vielleicht... Schlicht. Du bist das eigentlich, hast du eigentlich Didi und Dixi als Bild? Ja, hab ich. Dann musst du die ändern jetzt in Lila, ne? Ne, muss ich nicht. Klar. Das muss ich nicht, die müssen Standard sein. Oh, der fickt sich das Fass. Ach so geil. Du, 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 du. Lieb mich. Ich bin ein Fass mit Liebe. Ah, da ist der Knopf. Fan. Ach ja. Aber wir haben ja heute genug Zeit, wir können es ja durchspielen. Ja. Du hast einen Schaden, weißt du schon, ne? Fünf Stunden. Darum. Fünf Stunden, ohne abzustürzen. Tüpp, tüpp, tüpp. Danke. Gucken wir jetzt, sechs Minuten. Knapp sieben. Mit Gelaber am Anfang und sowas. Ja. Für beide Level. Nimm mich mit da oben. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Eine Kornmünze. Hui. Hui. Tipp. War ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Danke. Das ist so geil, ey. Nein, Hundis. Wirst du noch da? Hundis machen Bell Bell. Ja. Ach so. Oh, warte mal. Dass wir es mal ausprobieren sollten. Hä? Zu saven. Soll ich das mal machen? F2, ne? Wuuuui. Es hat geklappt und nicht abgestürzt. Cool. Bis jetzt noch. Ja, bis jetzt noch. Aber die normalen Safes sollten auch funktionieren. Die normalen, ja. Oh, bist du behindert oder was? Aber das wäre was, wenn das wieder abgeschmiert wäre gerade. Vor allem, wir starten das Spiel einfach ohne das zu testen, ne? Ja, ist aber normal. Yeah, nehm. Nehm, 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 press. Tipp, tipp, tipp. Ui. Quatsch. Oh, du bist gemein. Lass ihn doch im Leben. Ne. Doch. Alter, rutscht da schon. Nein. Idiot. Ich hab gesagt, rutsch. Egal. Ja, ist ja so schlecht. Ne. Doch. Das wäre was, wie der Gewicht. Da oben hin. Oder da hin, ne? Safe aus. Tief Alarm. Oder Rattenalarm. Aber bringt kein extra Leben oder so, ne? Leider nicht. Ja, da sind ja zwei, also passt das ja. Hui. Boah, das war knapp. Ich hab in der komischen Hackfresse gelandet. Hui. Hui. Boah, das hört sich immer an, ne? Da war ein Buchstabe. Ich glaube ja. Na komm her. Hui. Na, die sind... Ja, noch nervig. Die freuen sich so richtig. Hui. Hui. Können sich freuen. Na, einen Matschkäfer. Noch einen Matschkäfer. Noch einen Matschkäfer. Und ab ins Bonuslevel. Na, ist ja nur ein Bonusspielschirr und ein paar Münzen zu sammeln. Ja. Na, das schaffst du alle? Doch nicht. Ja, zwei wenigstens noch. Hui. Oh, komm doch her. Hui. Was hat... Hat er geschafft. Da? Bring dir jetzt mal den Mast runter. Wo war denn das... Hab ich das G gar nicht? Oh, ab. Rüben. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, wo du grad rüberfliegen musst mit ihr. Oder rüber springen einfach. Ne, da ist ein... Ein... Oder du konntest da eben noch mal eins hören. Da haben wir ja alle Sterne. Ich war's. Hui. Ich bin eine Spinne. Ja, du spinnst, das weiß ich. Und gleich kriegt der nicht alle. Das wär was. Sicherlich, die Zeit ist manchmal so gut da eingestellt. Ja. Was kannst du haben, ja. Das ist hierbei. Willst du mich verarschen? Egal. Willst du mich verarschen? Was sollte das? Was? Wurdest du nicht nur mit ihm durchmachen? Ach so, Knall, das schafft man nicht. Nein, ich wollte zum Ende dahin. Nein. Doch, hast du gesagt. Schmerz da Mast. Schafft man eh nicht immer. Waaah. Wie viel Käfer? Hä? Käferschön. Damit alle Sterne. Hui. Oder besiege alle. Das hast du gar nicht gemacht gehabt, oder? Finde die Münze. Finde die Münze uninteressant. Hui. Folle ich nicht. Sie wollte das nicht so hochklettern. Bei dir geht der automatisch zurück, oder machst du's? Ja. Du musst nur hochklettern. Der geht automatisch zurück. Okay. Hui, meine. Färbel der Münze. Statt auf die Bananen. Halber hochklettern. Du brauchst ja noch, ne? Ich glaub, du stürzt noch nicht ab. Ich, mal eben. Meinst du? Für kleine Männers. Mää. Für kleine Männers. Mää. Bis gleich. Mää. Tschüss. Nein. Hull ich sie mal wieder. Wechseln. Vor allem. Geht er mitten in der Aufnahme für kleine Männer. Oder für dicke, doofe Kinder. Oh. Warum? Warum geht er rüber? Das ist doch kacke gerade. Nein, nein, nein. Ja, ich schaff das auch noch. Oh. Bin gut. Yay. Warum? Er sollte mit mir nie auf Toilette gehen. Also. Wenn ich am Zocko bin, sollte er nie auf Toilette gehen. Tip tip totter. Ich hoffe mal, dass es nicht so leise. Vor allem, kann man hier auch einen Aufnahmeband hat. Oh, wo ist der? Mann, so ein Affe. Ach, Mann, Flash. Boah, wo bleibt der? Wie lange muss der denn pissen? Will der mich verarschen? Hi, Flash. Wo bist du? Herrlich. Verdammte Mist. Mann, ey. He, 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 he. Ist das lustig? He, he, he. Mein Affe. Ja. Lass uns hier erstmal einen Aufnahmecut machen. Oh, bist du abgestürzt? Ja. Oh, du Armer. Machen wir natürlich einen Aufnahmecut. Bis später dann, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.